ok also wir zwei machen jetzt hier zwei macht jetzt einen test ja das ist ein kinesiologischer test und das ziel ist dass er dich umschmeißt david ja dazu müsst ihr mal dazu müsst ihr mal so zu füßen zusammen nur du ja dann hin und die hände so nach unten gut jakob du nimmst deine hand legt sie darin macht zu david du drückst jetzt mit aller gewalt drauf und der jakob drückt runter so starker kann okay geht schon stärker okay gut und jetzt kriegst du das band hände nach unten du nicht mehr hände nach unten du drückst und aber gerade runter und du drückst darauf mit aller gewalt was geht ok geht schon was ist da jetzt ok ok gut was war da jetzt was war du hast du genauso stark gedrückt hast du hast du gespürt dass du was hast du gespürt also ich hab halt gespürt dass ich mehr kraft bekommen habe okay weil ich am anfang ja halt umgeflogen bin also mein gleichgewicht verloren habe und durch das band weil das halt kraft bringt konnte ich jetzt ganz normal stehen ok dankeschön das war's schon